So, nochmal ein kleines Fun-LP mit Leon und Mike, sonst ist gerade keiner noch drin. Ich gucke mal, ob ich die mit der Condor jetzt gut erwischen kann. Oh, den einen habe ich. Jetzt muss ich mich verstecken. Na? Kommt schon, kommt schon. Erwischt. Erwischt. Oh, die Condor, mit der habe ich schon lange nicht gespielt. Die macht auf jeden Fall auch Bock. Sind noch welche reingekommen? Ah, ich habe noch jemanden im Team. Oh nein, ey. Ich hoffe mal, der ballert jetzt nicht mit dem starken... Oh ja, genau. Wieso gehen die nicht mal ins andere Team, ey? Ey, lol. Was seid ihr für Luschen? Benutzt bitte schwache Waffen. Was für eine. Ja, natürlich Waffen, die passend sind zu den Rüstungen und so von den anderen beiden hier. Obwohl, jetzt ist ein stärkerer drin. Einer hat schon verlassen. Okay, jetzt. Jetzt. Ja, gut. Dann machen wir natürlich wieder alles an, wenn jetzt... schon wieder so... Drei-Sterne-Typen drin sind. Dann werden wir natürlich auch so weitermachen hier. Oh, Leon. Och man, seid doch nicht so fies, ey. Knallt die den voll mit... Karacho ab hier. Nee, nee, mein Freund. So nicht. Und... Wurde von hinten kalt gemacht. Der war nice. Ah, nein, das war Leon. Ja. Dann lasse ich lieber von mir töten. Shit. Mei. So ist fair, so ist fair, so ist fair. Wow, wow, wow. Okay, den darf ich auch mit der Hornet abknallen. So, dann kommt mal her. Oh, scheiße, wo schmeiße ich den hin? Ist ja schon zu Ende, die Map da. Treffe mich schon fast selber hier. Oh, doch, meiner, doch, meiner. Wo steckt ihr? Zeigt euch. Oh, na, ja, doch. Haben wir uns beide gekillt. Sehr nice. Ab nach hinten. Ab nach hinten. Irgendwann trifft man immer. Oh, ja, da ist jemand. Da haben wir schon ein bisschen weggezogen. Und der Rest kommt jetzt. Oh, oh, hinter mir, 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 hinter mir. Und tot. Nein, jetzt bin ich tot. Ja, Leon, hast du dir verdient. So viele... Jawohl. Bei mir ist jetzt auch einer passender Spieler für dich dabei. Oh, boop, 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 boop. Scheiße, ich kann gar nicht da hinschmeißen. Jetzt? Nein. Nein. Ist er schon da gewesen? Ha, ha, ha. Wuh. Nein. Ach, der war der Leon. Wo, boop, 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 woop, boop, woop, wo, wann, warum? Ha, scheiße. Der war gut. Ich habe das Gefühl, die kommen ja jetzt gerade alle. Oh, Leon, tut mir leid. Nein, verdammt. Na, 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 wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr? Hm. Komm, wir gehen mal hinten durchs geheime Loch. Gucken wir mal, ob wir da hinten schön rauskommen wieder. Jetzt muss ich mich verziehen hier. Na, komm, 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 da treffe ich noch jemanden. Ja, habe ich ihn. Nein, 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 komm, ich kriege ich auch so. Wo, 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 von hinten, von vorne, da, boah, da hinten. Komm, lauf, 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 lauf. Boah, der steht da selber da unten. Das ist die Rache. Bin ich selber schuld. Habe ich ihm das gezeigt? Jetzt macht er das auch. Noob, kann's nix. Piep dich, du Affe. Ah, shit, 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 shit. Beleidigungen sind scheiße. Jacko Hart ist nicht gut. Flieg's gleich raus. Na, 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 na. Komm schon, komm schon, komm schon. Wo ist er? Ah, schade. Ah, ha, ha. Der Leon hat sich hier versteckt. Nein. Leon. Schon wieder du. Mann, ich will bei dir eigentlich eine andere Waffe nehmen, aber... Komm, Leon. Ich warte, bis du unten bist. Dann versuche ich mich mit dem Hammer zu killen. Nein. Oh, jetzt kommt der da, ey. Das ist doch scheiße. Mann. Ja, jetzt kommt der Leon runter. Will man mal so nett sein? Nein. Dann schick dir erstmal den Jack davor, der... Hier... Ja. Komm, 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 komm. Du bist meiner. Nein, so viel auf einmal. Boah, jetzt hätte man dann eine Nate reinschmeißen müssen. Da hinten sind die irgendwo. Da sind die doch irgendwo. Gucken, ob meine Nades so weit fliegen. Oh, Mann. Verzieh dich. Oh, Mann. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Schnapp dir den. Und dann schnapp ich mir dich. Ach, Mann. Schon wieder der Leon. Sag doch Bescheid, wenn du kommst. Das war fies jetzt. Eins. Zwei. Kabusch. Ey, ich wollte auch heilen. Wo ist Leon? Ah, der ist der Jack. Ja, sagt er auf andere Noob. Aber selber schmeißt er mit seinen schönen Osternaids hier. So nicht, mein Freund. Moment. Hat mich nicht immer einer von hinten angeschossen? Krass. Na, 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 na. Komm, 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 komm. Oh, geh da hoch, geh da hoch. Wuhu. Uh, ah, das ist Leon. Nein, Leon. Komm. Ach, shit. Gerade wenn ich wach verwechsel, Mensch. Ja, ja, ja. Und noch einmal. Und noch einmal. Und vielleicht treffen wir jemanden. Komm, einfach schmeißen. Lol. Ja, Wahnsinn. Boah, das ist fies. Mit der Condor. Keine Schnitte. Oh, Deku. Oh, Deku. Knapp, knapp Noch vier Minuten Spielzeit Wir können es Noch gut zu Ende bringen hier Komm, dich kriege ich auch nochmal Zack, zack, zack Oh, Jetkill Keine nichts für Wenn du genau auf mich drauf guckst, dann Muss ich schießen Boah Na komm, paar Nades Schmeißen wir uns gegenseitig mit Nades zu Ihr von da, wir von hier Das ist doch schick Oh, Nachladeback-User Voll erwischt Zu zweit haben wir ihn Kein Ding, ohne Probleme Wo, 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 von hinten, von hinten So, ein Sack Hast du ihn gut Lass uns nach vorne stürmen Boah Leon war da Mann Oh, da leckt einer Wer ist das? Hm, laut dem Ping Eigentlich keiner Wird gerade Nichts abgezockt gekriegt Ja, ja, ja War das nicht das denn gerade? Wer ist das? Scheiße 1, 2, 3 Und tschüss An die Wand An die Wand Wer ist das hier? Ach ne, David N232 Dem konnte ich gerade nichts Abziehen Na, kommt schon Kommt schon Oh, Leon, Leon, Leon Mein Kill Leon, 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 Leon Ich sehe gar nichts mehr Hier, komm, komm, komm Oh, nein Von hinten Der David Oh, Leon, 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 Leon Nein, Mann Ihr seid doch fies Wir können Eigentlich mal ein paar Nates da hochschmeißen Ich glaube, die fliegt jetzt Aber nicht hoch, wenn ich die schmeiße Komm Brick Aha Ein Hacker So wie es ausschaut Kann das denn sein? Ja Ich glaube Sah Sehr danach aus Eventuell kriege ich ihn gleich noch aufs Video Wo ist er hin? Wo ist er unten geblieben? Ne, der ist oben irgendwo Na, geh hoch, Mann Lass mich doch nach oben, Mensch Lass mich hoch Ah, ich glaube Das wird nichts mehr mit Videoaufnahme vom Hacker So, wo bist du? Wo ist er? Der ist schon wieder unten irgendwo, ne? Ah, schade, dass ich hier nicht mehr drauf habe Ich denke, es war der 9-3 Ah, ne, ich weiß nicht Wer war das denn? Auf jeden Fall ist er eben so komisch gelaufen Vielleicht war es auch nur Einlegg Asiatown von Wizard Nochmal Schon wieder Wird er sich wundern Aber wie gesagt Ich mag die Map zwischendurch Macht Fun Mit ein paar Leuten Ja, das wär's gewesen 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 Das wär's gewesen